Hallo, Abut hier von 40pixel. Wir nutzen für unsere ganzen Webprojekte den Webhosting-Anbieter AllIncle, da wir da eigentlich bisher immer sehr zufrieden sind und nie Probleme hatten. Der Support ist einwandfrei und die Performance der Server stimmt auch immer. Deswegen können wir das immer mit gutem Gewissen weiterempfehlen und wollen euch in diesem Video zeigen, wie ihr selbst AllIncle buchen könnt. Dafür geht ihr als erstes auf Webhosting und Tarifübersicht. Hier findet ihr dann die vier Pakete, die zur Auswahl stehen. Wir nutzen immer das Paket AllIncle Privat Plus. Hier habt ihr dann fünf Domains inklusive, 100 GB Speicherplatz, eine Traffic Flat. Ihr habt auch kostenlose SSL-Zertifikate von Let's Encrypt dabei und für 7,95 Euro ist das wirklich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Falls ihr irgendwann dann doch mehr Leistung brauchen solltet, könnt ihr jederzeit ganz einfach auf das nächsthöhere Paket upgraden. Das ist gar kein Problem. Hier gebt ihr dann als nächstes eure Domain ein, in meinem Fall meine-domain.de und unten könnt ihr dann noch den Haken setzen, dass die Domain bereits existiert und auch übernommen werden soll. Das macht ihr, wenn eure Webseite bereits bei einem anderen Hosting-Provider ist und mit einem Umzug zu AllIncle übertragen werden soll. Der KK-Code oder auch Out-Code genannt, der dafür notwendig ist, der wird in einem späteren Punkt abgefragt, aber dazu gleich mehr. Anschließend muss man noch die ganzen persönlichen Daten eintragen und unten bestätigen, dass man befugt ist, diese Buchung durchzuführen. Im nächsten Schritt müssen wir noch unsere Mobilfunknummer eintragen, damit wir den Freischaltcode per SMS bekommen. Ohne den wird unser Paket nicht aktiviert. So, wie eben erwähnt, hier dann der Schritt, wo wir den Out-Code eintragen müssen für den Domain-Umzug. Ich empfehle immer gerne, dass man das dabei belässt, wie es hier voreingestellt ist, nämlich, dass man den Out-Code erst im Nachhinein einträgt. Wenn man es jetzt sofort eintragen würde, würde der Umzug sofort starten und es kann ja sein, dass man erstmal die ganzen Dateien der Webseite auf den Webspace übertragen will, die ganzen E-Mails einrichten will und importieren will, bevor man dann den Umzug wirklich starten möchte. Also einfach so belassen und den Out-Code später eingeben. Man kann dann hier noch den gewünschten Vorauszahlungszeitraum angeben, um gegebenenfalls Rabatt zu bekommen. Unten muss man noch die Bankverbindung angeben und falls man eine alternative E-Mail-Adresse für die Rechnung hat, muss man die dann auch unten noch eintragen. Das ist in der Regel nicht der Fall, deswegen bleibt es leer. Zum Schluss setzt man noch den Haken und bestätigt, dass man seine E-Mails regelmäßig kontrollieren wird und klickt auf Weiter. Beim letzten Schritt hat man dann noch die Bestellübersicht, also alles noch einmal kontrollieren, ob das so passt und natürlich die ganzen AGBs lesen und die beiden Haken hier setzen, damit man dann zahlungspflichtig bestellen kann. Damit wäre der Vorgang dann auch abgeschlossen und man wird zeitnah eine E-Mail von AllInkel bekommen mit den Zugangsdaten, um sich im Kundenbereich einloggen zu können. So, das war es auch schon für heute. Vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr alle weiteren Videos nicht verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann! Bis dann!